Nach dem Grunding von Nikkei wollen nun andere Airlines helfen. Einige wollen Sonderkonditionen anbieten, eine sogar kostenfreie Flüge. Deutsche Airlines wollen Fluggäste zurück nach Deutschland, Polen. Quelle Paul Zinken, deutsche Presseagentur, nach dem Aus-der-Ferien-Fluglinie Nikkei wollen deutsche Airlines bei dem Rücktransport von gestrandeten Passagieren aus dem Ausland helfen. Die Fluggesellschaften würden Nikkei-Fluggästen noch verfügbare Sitzplätze zu Sonderkonditionen anbieten, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Der Ferienflieger Condor will Passagiere, die direkt bei Nikkei gebucht haben, nach eigenen Angaben sogar kostenfrei nach Deutschland zurückfliegen, soweit Sitzplätze verfügbar sind.